Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video Begrübt, okay, und dem wahrscheinlich spannendsten Video, was ich bisher auf meinen Kanal hochgeladen habe. Für alle, die gern traden oder die gern traden wollen, habe ich hier jetzt wirklich sehr, sehr spannende und extrem aussagekräftige Indikatoren zusammengemixt im Trading View, die eigentlich eine nahezu 100%ige Treffsicherheit für Long- und Short-Positionen geben, wenn man alles beachtet. Keine Sorge, es wird alles in dem Video geteilt. Wie richtet man die Indikatoren ein? Auf was muss man genau achten? Und, und, und. So was ich jetzt daraus gesehen habe, kann man das auch alles in der kostenlosen Version, wenn du dich nur normal anmeldest, kann man das auch nutzen. Für alle, die in die Kostenpflichtigen aufsteigen werden, schaut mal den Link in der Videobeschreibung. Ich bin gerade so in den Affiliate-Programm Anmeldung bei Trading View, dass ich euch einen Rabatt rausholen kann für euer Trading View Abo in der Upgrade-Version. Ich habe selber ein Trading View Abo in der Upgrade-Version aktiv und man braucht einfach viel mehr Indikatoren insgesamt, außer die, was ich jetzt zeige. Weil ich bleibe natürlich bei meinen alten auch, die ich sonst nicht mehr zeige. Aber, ähm, ich würde sagen, ich rede gar nicht viel weiter. Wir schauen gleich weiter in den Chart und wir gehen alles im Detail durch. Und, ich glaube mir, es wird mind-blowing werden, möchte ich schon fast so sagen. So, wir sind jetzt auf dem 4-Stunden-Chart in Trading View bei mir und du siehst hier schon, es sieht etwas anders aus als gewohnt. Wir haben hier Sell-Signale, wir haben hier Buy-Signale, wir haben einen ganz besonderen RSI-Indikator, den wir hier speziell eigentlich eingerichtet haben. Wir haben einen MACD, wir haben einen EMA. Okay, keine Sorge, du bekommst natürlich alles im Detail erklärt, wie das funktioniert und auch, wie man den Alarm einrichtet, damit man jede Buy- und Sell-Order, die hier eigentlich angekündigt wird, nicht versäumt bzw. beobachtet. Weil nicht sofort jede Sell- und Buy-Order ist diese, was man nehmen sollte. Es gibt hier nämlich auch ein paar Fake-Outs, möchte ich sagen, ja. Aber wie man diese ausmerzt, diese Fake-Outs, das zeige ich dir nämlich. Weil hier hat er ein Sell-Signal gegeben, es wären natürlich hier 1,37% bis zum nächsten Buy-Signal. Aber dieses Sell-Signal wurde nicht bestätigt, sage ich dir dann auch gleich warum, sondern es wurde erst in diesem Bereich bestätigt. Das heißt, dieses Sell-Signal hätte ich eigentlich gar nicht getradet in dem Fall. Oder, oh ja doch, ich hätte dieses hier eigentlich begonnen und hätte es von jetzt bis hier runter. Warum, weshalb, komme ich dann gleich alles im Detail dazu, wie man das eben einrichtet oder bzw. warum man alles braucht. Beginnen wir, hätte ich jetzt einfach mal gesagt, wie richtet man das alles ein und wo kommen, dann kommen wir dazu, wo die Bestätigungen reinkommen, weil das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich gehe hier jetzt einmal auf eine Scratch, mehr oder weniger Chart-Analyse, jetzt Bitcoin, US-Tether, man kann das machen, wo man will. Es ist dann auch auf jeden Chart anwendbar. Ich sehe aber das meiste Potenzial im 4-Stunden-Chart. Das Erste, was wir uns einmal machen, wenn wir hier drinnen sind, wir gehen hier zu den Candles, zu den Kerzen und dann machen wir den High-Kin-A-Ski. Die geben wir ein, das schaut jetzt ein bisschen anders aus, aber diese Candles nutzen wir. Das ist Punkt 1. Punkt 2, wir gehen zu den Indikatoren und was suchen wir für einen Indikator? Das schreibst du dir bitte mit. Wir nehmen den Chandelier Exit. Jetzt haben wir diesen Chandelier Exit drinnen und du siehst, es sieht etwas eigenartig aus, etwas komisch aus, weil es ist jetzt nicht perfekt eingerichtet, wie es soll, aber das macht gar nichts. Wir richten uns das ein. Wenn du hier oben dann links auf den Indikator klickst und auf Settings klickst, dann gehen wir zu dem nächsten Bereich. Und was wir machen, wir geben eigentlich alles hier hinaus, wir lassen nur darin ein Buy-Label und Sell-Label. Den Rest schalten wir alles aus und da machen wir das Buy-Label unterhalb der Bars und das Sell-Label oberhalb der Bars. Und jetzt seht ihr schon, jetzt sieht das im Hintergrund schon etwas besser aus. Das ist das allererste, was wir machen. Dann enden wir noch die Eingaben. Das zweite Punkt ist die Eingaben. Der erste Punkt setzen wir auf 1 und der ATL-Multiplier, der zweite, kommt auf 1.85. Das sind die ersten Einstellungen, die wir nochmal nehmen. Und das dritte, was wir hier machen müssen bei den Eingaben, Use Close Price, den klicken wir bitte weg. So, dann haben wir den ersten Bereich schon mal eingerichtet, aber der ist leider noch nicht alles. Da würde ich sagen, wir können das jetzt nutzen, so wie es ist. Und was ist das zweite? Wir brauchen jetzt RSI. Wir brauchen den RSI aber doppelt. Das heißt, du brauchst hier nur den RSI, der Relative Strength Index. Den nimmst du einmal, klickst du ihn an und dann klickst du ihn bitte ein zweites Mal an. Wichtig, wir brauchen den zweimal. Und da nehmen wir jetzt Einstellungen vor, weil wir wollen dann zwei miteinander verbinden. Das erste, was wir machen beim ersten, klicken wir auf Einstellungen. Und dann gehen wir bei der RSI Länge auf 100. Und dann können wir noch zum Stil gehen. Und den RSI Based MA schalten wir aus. Und hier nehmen wir noch eine hellere Farbe. In dem Fall sage ich jetzt zum Beispiel, wir machen eine weiße Linie. Und dann mache ich sie für meinen Gefallen noch etwas dicker. Das wäre mal das erste. Und dann gehen wir zum zweiten RSI. Das heißt, hier gehen wir auch auf Einstellungen. Hier nehmen wir auch den RSI Based MA hinaus. Bei den Eingaben müssen wir natürlich auch etwas verändern. Da wir nicht vergessen, hier brauchen wir die Länge von 25, die drin sein muss. Und natürlich passen auch wir hier die Farbe an. Das bleibt dann dir ganz überlassen, was du machst. Ich nehme jetzt zum Beispiel so ein starkes Türkis. Kannst aber auch ein Gelb nehmen, je nachdem, was für dich halt besser ist. Ich lasse jetzt einfach einmal so ein freundliches Türkis. Und mache das auch ein bisschen dicker und klicke dann auf OK. Jetzt habe ich diese Einstellung hier. Und jetzt müssen wir diese beiden zusammenführen. Wie das funktioniert, ist einfach, dass ich jetzt hier hinauf klicke. Bewegen nachher im vorhandenen Bereich darunter. Das heißt, ich bewege den oberen RSI auf den unteren. Du siehst ja schon, es ist jetzt ein bisschen eine andere Bewegung darin. Und was wir jetzt noch machen müssen, weil jetzt haben wir links und rechts da diese Indikatoren zum Scrollen und die wären eben nicht gemeinsam. Was wir jetzt machen, Skala anheften jetzt an A. Und beim zweiten auch Skala anheften jetzt an A. Und jetzt haben wir nämlich beide gleich hoch. Und das ist das Wichtige, was wir eben brauchen. Und jetzt schauen wir uns dann... Entschuldigung, jetzt kommt noch ein dritter Indikator. Ja, bevor ich dann diese Erklärung im Teil losgehe. Wir gehen weiter und wir geben ein, den EMA. In Englisch nennt sich der, ich glaube, Exponential... Moving Average Exponential. Wenn du das in Deutsch eingestellt hast, dann nimmst du den gleitenden Durchschnitt Exponential. Den klickst du an. Den haben wir jetzt auch als Indikator dabei. Und du siehst, das ist jetzt diese blaue Linie. Die ist aber nicht ganz korrekt eingestellt. Auch diese nehmen wir, den EMA. Gehen hier auf Einstellungen. Hier wird es ganz simpel. Hier mache ich einfach die Farbe weiß. Mache sie auch eine Spur dicker zum Beispiel. Und gehe hier bei der Eingabe bei der Länge auf 50. Und jetzt habe ich die Einstellung genauso, wie ich sie brauche beim EMA. Warum das so ist und warum wir das genau brauchen, erkläre ich dir gleich. Den letzten Indikator, den wir noch brauchen, das ist der MACD. Du kannst das so eingeben, MACD und er wird dann kommen als Moving Average Convergence Divergence. So spricht man das, glaube ich, aus. Den brauchen wir auch noch, weil das ist unser Vorbot, unser Erstankünder, wenn ein Signal kommt, für die nächsten Bestätigungen. So, jetzt sind alle Indikatoren fertig eingestellt. Und jetzt gehen wir wirklich auf den Punkt, auf was man achten muss, um diesen auch korrekt anzuwenden. Weil es gibt hier Fake-Out-Signale, die nicht ganz korrekt sind und diese wollen wir natürlich nicht traden, sollte man auch nicht traden. Beginnen wir damit, dass unser Vorbote eigentlich immer der RSI ist, Entschuldigung, der MACD ist. Das heißt, der MACD da unten, sobald dieser, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, eine Kreuzung macht, also wenn die blaue Linie, die orange eine zum Beispiel kreuzt nach oben, dass das eigentlich ein Anzeichen ist, dass es jetzt gerade einen Aufwärtstrend gibt, was bestätigt wird durch diese Signale hier. Es gibt hier aber mehrere Signale, die man zusammen beachten muss, um das auch wirklich bestätigt zu bekommen, bevor man hier eine Trade setzt. Und das ist sehr wichtig. Aber wir haben hier jetzt eine Vorbote, die Bestätigung gehabt, des MACD. Wir haben hier den Double RSI, damit man das auch nochmal sieht, der uns hier eine Kreuzung hatte. Und wir hatten genau in dem Bereich, wo hier beides passiert ist, kurz danach, hatten wir das Buy-Signal. Aber das war jetzt noch keine komplette Bestätigung, dass man sagt, man geht hier long. Hier muss man wirklich aufpassen, weil das kann auch ins Auge gehen. Weil zum Beispiel hier hatten wir eine Buy-Position, sind aber weiter runter und sind nachher noch weiter runter. Wie man diese eben ausmärzt erkläre ich dir jetzt dann im Detail, dass wir unbedingt aufpassen. Was ist unsere letzte Bestätigung, die wir brauchen? Nachdem unser MACD unser Double RSI gekreuzt hat, unser Buy-Signal gekommen ist, brauchen wir noch die letzte Bestätigung. Und diese ist in dem Fall, das ist der letzte Punkt, unsere EMA-Linie, die wir haben, die weiße Linie, wenn die muss gekreuzt werden zusätzlich, dann haben wir vier Signale, die uns bestätigt haben, okay, jetzt ist es ready für eine Long-Position. Das heißt, wenn man diese Long-Position ab hier dann genutzt hat, weil es bestätigt wurde, man kann natürlich, das ist jedem immer selbst überlassen, wann man verkauft, wenn man sagt, okay, mit einer 5X-Häbel knapp 20%, habe ich 100% eigentlich Profit rausgeholt. Ich trade zum Beispiel oft mit 5X-Häbel, aber auch mehr, also ich bin eine ganz andere Ritikotoleranz, deswegen nicht mich vergleichen. Hat man hier genug Profit, könnte man verkaufen oder man sagt einfach, man verkauft immer beim nächsten Sell-Signal, wobei das nicht immer toll ist, weil das Sell-Signal ist nicht bestätigt. Weil das war auch hier, und das möchte ich hier da drüben nochmal ganz kurz zeigen, hier waren Buy- und Sell-Signale, die waren nicht ganz bestätigt. Ich zeige dir gleich, wie viel man hier eigentlich dann rausgeholt hätte, wenn man das gemacht hätte. Das heißt, dieses Sell-Signal, wenn es gekommen ist, wurde, und das haben wir jetzt hier beim nächsten Punkt, hier bei 6,82% Profit eigentlich bestätigt, wo man sagt, okay, hier kann man jetzt die bestätigte Sell-Order auch durchführen und sich weiter Profit daraus holen. Warum? Schauen wir uns jetzt auch in dem Bereich noch an. Wir haben hier wieder mit den Candles den weißen IME-Linie unterschritten. Denn Nummer 1, wir haben hier nach dem Sell-Signal, nachdem es gekommen ist, haben wir nicht sofort hier unten diese Kreuzung nach unten gehabt, sondern sie kam erst in diesen Bereich. Das heißt, wir wurden hier doppelt bestätigt. Und unser Vorbote, wenn wir das nochmal schauen, der MACD hat schon etwas früher begonnen. Also vor dem Sell-Signal hat er uns eigentlich schon mehr oder weniger darauf vorbereitet, hey, jetzt könnte etwas kommen. Jetzt haben wir wieder vier Bestätigungen gehabt. Das heißt, in diesem Fall waren das dann wieder 5,27% auf einen 5x-Hebel. Ich sage, es ist ein relativ halbwegs ein normaler x-Hebel. Jedoch dies geben wir in der Videobeschreibung bitte unbedingt beachten. Ich kann für nichts garantieren. Mit 25% Profit kann man hier zum Beispiel hinausgehen. Das wäre in diesem Fall. Wenn wir uns das jetzt bei größeren Positionen anschauen, was man hier eben hinaus holen könnte. Nehmen wir dieses Beispiel. Bestätigt wurde es, und das jetzt noch als kleines Beispiel siehst. Ich zeichne jetzt nicht nochmal alles an, aber schau dir einfach nur an, wo die Kreuzungen waren. Wenn man von hier hier hinunter geht, wären das bis zur nächsten korrekten Buy-Order, aber die war hier unten, wären das 10,43%, wären 55%, nein, 52,5% mit einem 5x-Hebel. Das ist natürlich schon enorm, was man hier in diesen hinaus holen könnte. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, was ich dir zeigen möchte, wenn wir ein bisschen weiter rauszoomen, was wir hier haben. Wir haben hier eine massiv lange eigentlich Konsolidierungsphase, die sich hier in Bitcoin bewegt. Und man könnte hier mit diesem Ding eigentlich jedes Mal neue, kleinere Profite rausholen. Also darauf unbedingt achten, ganz kurz nochmal, solange das eben nicht bestätigt wurde durch die drei Punkte. Das heißt, einmal, dass wir hier eine Kreuzung nach oben haben, dass wir das Buy-Signal erhalten haben. Und wenn wir das anschauen, auch hier bei den RSI keine Kreuzung stattgefunden hat, würde ich persönlich niemals eine Long-Order setzen, bevor ich nicht alle vier Sachen bestätigt habe. Und nur dann würde ich das machen. Jetzt zeige ich dir noch ganz kurz, wie man hier die Alarme setzt. Die sind nämlich auch sehr wichtig, weil man möchte ja kein Buy- und Sell-Signal versäumen, in dem Fall, weil man ist ja auch nicht den ganzen Tag vorm Chart, aber man kann sich hier alarmieren lassen von TradingView. Und das funktioniert einfach so, dass du hier auf den Chart gehst, da gehst du hier auf das CE. Ist es in dem Fall, klickst auf die drei Punkte und dann sagst du Alarm hinzufügen bei CE. Dann öffnet sich ein Fenster, er sagt dir, okay, wir lassen das natürlich offen, das ist der CE, den wir hier eben darin haben. Da gibt es drei Alarme hier. Ich würde alle drei einstellen. CE-Buy, CE-Direction-Change und CE-Sell. Der Buy ist natürlich die Buy-Order, die man macht. Einmalig würde ich nicht machen, sondern ich würde machen einmal pro Balken oder einmal pro Balken schließen. Man kann auch einmal pro Minute machen, dann kommt das aber sehr, sehr oft. Dann kannst du auch einstellen, wie oft. Endlos kann man nur bei mir im nächsten Level, ich bin vom Upgrade-Level jetzt nicht auf der höchsten Stufe, höchste Stufe würde ich benötigen, dann habe ich es unendlich, sonst muss man das jedes Monat neu einstellen oder aktualisieren, auch kein Problem. Dann kann man es noch benennen, wie man es auch immer nennen will. Den sage ich, Buy, vier Stunden, als kleines Beispiel jetzt, ein paar Rufzeichen, dann weiß ich jetzt, wenn der Alarm kommt, okay, das ist darin. Und so kannst du das auch mit den Sell machen, das heißt, man weiß jetzt eine Sell-Order, man muss seine Long-Position schließen, eine Short-Position öffnen und Direction-Change heißt einfach nur, wenn der Button eine Order macht, eine Buy-Order und sich aber plötzlich trotzdem wendet in die andere Richtung, dass man hier nochmal benachrichtigt wird. Wo findest du deine Alarme dann? Die hast du hier rechts, hast du den Button Alarme, du siehst hier, wie ich sie eingestellt habe, 4-Hourly-Sell-Signal, so bekomme ich das im 4-Stunden-Chart, BTS, BTC, USDT, dann habe ich 4-Hourly-Buy-Signal, so habe ich das genannt und den Change, also wenn Richtungswechsel stattfindet, gebe ich noch hinein. Wie kannst du das aber machen, wenn du sagst, du möchtest das in einen Tages-Chart oder in einen Stunden-Chart machen? Brauchst du nichts anderes machen, man muss nur hier den Chart wechseln auf die Stunden, wo man hin möchte und mache dasselbe dann nochmal. Ich mache jetzt zum Beispiel einen Test hinein, ja, ich schreibe jetzt hier Test und gebe das hinein, Test for an Hourly, klick auf Erstellen und dann siehst du jetzt hier Bitcoin, US-Dollar mit 1-Stunden-Chart aktiviert, dann bekommt man diese Alarme auch in 1-Stunden-Chart oder sonst noch. Und was ich jetzt natürlich noch sagen möchte, bitte unbedingt vorsichtig sein beim Traden, ja, wenn du ein Fahrerner-Trader bist, kein Spielgeld irgendwie oder Geld, was man zum Leben benötigt, zum Traden verwenden, das ist sehr, sehr wichtig, auch wenn das noch zu 100%ig sicher ist, knapp 100%, man kann keine Garantie geben, bitte, ja, unbedingt Disclaimer beachten, ich habe ja auch ganz andere Risikopotenzial. Aber, schau dir das an, vergleich das einfach im Chart in der Vergangenheit. Wenn du noch kein Trader bist und möchtest werden oder du schaust meinen Kanal und du überlegst gern, seit zu beginnen, du kannst dir, ich habe einen Link in der Videobeschreibung für Femex, warum sage ich nicht Bybit, Bybit hat aktuell mit der BaFin in Deutschland ein Problem, sagen wir mal so, deswegen hat Bybit mich gebeten, auch nicht mehr da jetzt zu bewerben. Femex hat man also auf Deutsch, man kann auch ohne An-, also ohne Guthabeneinzahlung sich, glaube ich, 10, 20 oder 30 Dollar zum Trading Guthaben, reales Guthaben holen und Gewinne dann für sich nutzen. Kommt aber noch ein Femex-Tutorial, es gibt auch ein Femex-Testnet. Ich habe aber alles in der Videobeschreibung mit hineingeben, da kann man das auch alles testen und einfach umsetzen. Ansonsten, ich hoffe, dir hat das Video gefallen, gebt mir Feedback, schaut ein bisschen hinein, ich freue mich natürlich über jede Nachricht, die so als Kommentar kommt und vor allem kommentieren, liken, teilen, pushen, Algo machen, kommt in die Telegram-Gruppe, ist auch darin, wir werden da ein bisschen diskutieren, wir werden Signale in einer speziellen Trading-Gruppe noch austauschen und schauen wir einfach gemeinsam weiter. Vielen Dank für Dusehen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.